Für das Deutsche Bahnrad-Team wurde die Erfolgsgeschichte bei der Europameisterschaft in München mit drei weiteren Goldmedaillen fortgesetzt. Es gab jedoch einen schlechten Unfall bei der Entfernung von Frauen. Bei der Europäischen Fahrradmeisterschaft in München gaben Frauen die Entfernung von Frauen heraus. In einer steilen Kurve, nachdem sie das Haus gestreckt hatten, kollidierten mehrere Fahrer samstags und fielen. Während die meisten Athleten nach kurzer Behandlung aufwachen können, muss Letizia, Weltmeister lange Zeit, ein medizinischer Paternoster aus Italien sein. Der 23-jährige Mann wurde dann mit einer Trage aus der Halle genommen. Anfangs gab es keine Informationen über den Zustand seiner Gesundheit. Das Rennen ist für die Grundversorgung und Reparatur im Zug gestört. Zuvor war es mit mehreren Teilnehmern gefallen. Dies ist jedoch leicht. Alle Fahrer können Holzovale unabhängig lassen. Irish Alice Shark war in die beiden Wasserfälle beteiligt, verzeichnete das Rennen jedoch in beiden Neustarts erneut. Beim Fahren muss das letzte Feld das Rennen aller Runden verlassen. Deutsche Medaille in EM Deutsche Bahnrad Assin hat unterdessen ein großes Niveau bei der Europameisterschaft in München. Die Athleten der Deutschen Radfahrer-Föderation gewannen Samstagsgold in beiden Verfolgungsrennen und in einem 500-Meter-Versuch. Nach zwei Wettbewerbstagen hat der Verein bereits fünf Goldmedaillen im Konto. Am Freitag waren das Team zunächst schnell und vier Frauen erfolgreich. Die starken Ergebnisse am Samstag von Zirbel von den Olympischen Meister Brennauer und Moritz Meicharek. Pauline Grabosch liegt in der 500-Meter-Prüfung an fünfter Stelle. Der Fokus lag hauptsächlich auf Brennauer, europäischer Überraschungsmeister Kröger Stahl eine kleine Show, als er sich verabschiedete. 34-jähriges Brennauer beendete seine Karriere in München, wo er die Strecke begann und den letzten emotionalen Punkt bestätigte. Ein sehr großes Chaos ist in meinem Kopf, sagte er bei ZDF, ich freue mich über einen großartigen Wettbewerb, natürlich möchte ich gewinnen. Weil es nicht den letzten Titel bekam, Weltmeister muss sich im deutschen Finale ergeben. Am Ende war Brennauer mehr als eine Sekunde hinter Kröger, Traktor, von vier Jahren. Frustration von vermisst